Wie war das mit der Stichflamme? Ja, das war eine Stichflamme. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn es brennt? Kann passieren. Kommt jetzt dann nochmal das gleiche, oder? Kommt jetzt nochmal das gleiche wie der Stichflamme? Wann warte, das Licht ist so schlecht? Ja, okay, ich hoffe das sieht was. Okay. 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 Okay.